Hey, ich bin Philipp. Ich bin Alina. Und wir singen bei Paradise at Midnight. Take my breath. And nothing lies here ever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath. Nobody's got me there, babe. Bring me close to you. Want me to hold on to your time. Mein Highlight 2021 war unser Auftritt bei Accenture. Die Leute hatten einfach so Bock auf Feiern und wollten uns auch am Ende gar nicht mehr von der Bühne lassen. Und ich meine, genau dafür machen wir das ja. Egal was passiert, wir können uns blind aufeinander verlassen. Und sowas merkt natürlich auch das Publikum. Jeder Abend erzählt seine eigene Geschichte. Bei jedem Auftritt ist es so, der Abend kennt kein Ende. Die Energie steigt immer weiter. Das Bulli Summer Festival war der absolute Wahnsinn. Wenn man es schafft, als Band die Herzen der Menschen zu berühren und das Publikum komplett ausrastet, dann hat man, glaube ich, einiges richtig gemacht. Es gibt einfach kein besseres Gefühl. feelings dir die 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 Bis zum nächsten Mal.